Ich träume jeden Tag von meiner Schwester. Von Pauline. In der Regel sind es schreckliche Albträume. Immer dieselben Bilder. Vor 15 Jahren wurde Pauline ermordet. Er ist morgen wieder frei, Lisa. Dieser Dreckskerl kommt aus dem Gefängnis. Sie haben den Mord an Pauline Marschall immer bestritten. Ja, ich bestreite ihn auch immer. Heute versucht er das Opfer zu spielen, aber er hat sie eiskalt ermordet mit Vorsatz. Aber jetzt spricht er von neuen Beweisen. Sie war ein süßes Mädchen. Ich habe mit ihr geschlafen. Verführung Minderjähriger. Dein Vater ist Bulle, er kann mich einsperren. Da war überall Blut. Aber ich war es nicht. Deinem Vater wird es nicht gefallen, dass du dich mit ihm in der Scheune triffst. Du wirst dich wieder umziehen, sonst bleibst du hier. Ich hasse dich. Sie ist nicht tot. Sie ist nicht tot. Sie ist nicht tot. Du bist so besessen von Moupons Schuld, dass du es nie hinterfragt hast. Kein einziges Mal. Ich habe was gefunden. Ich wollte, dass sie mit ihm... Ich hatte ihr gesagt, sie soll sich nicht mit ihm treffen. Ich hatte Pauline ja gewarnt. Pauline wäre dieses Jahr 31 geworden. Sie ist ein Jahr Juli. Ich hatte zu 탈 dem Maulicitaten. Ich kann ihn nicht ver кассieren. Übertreib gedacht.